Ja, in den Bemerkungen, die mir die Veranstalter vorher gegeben haben, wo sie mir mein Thema vorgegeben haben, heißt es, ich soll zum Schwerpunkt sprechen, Globalisierung als Externalisierung und zu der Frage, wer bezahlt eigentlich deutschen Wohlstand und welche Konsequenzen hat das für die Grundeinkommensdebatte in Deutschland? Ich will versuchen, darauf eine Antwort zu geben in fünf Punkten und in zwei kleinen Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung bezieht sich auf den Gesamtzusammenhang, in den dieser Abend gestellt worden ist, in den Zusammenhang Entwicklungszusammenarbeit. Früher hieß das mal, ehrlicher als diese Zusammenarbeit Entwicklungshilfe. Denn schon allein der Begriff Entwicklung, Simone hat das Problem schon angedeutet, allein der Begriff Entwicklung, wenn jemand den in den Mund nimmt, suggeriert der ja, dass die Person, die da sagt, was und wer sich entwickeln soll, wisse, was Entwicklung ist und von wo das Gefälligste nach wo hinzugehen habe. Entwicklung hat also immer einen Beigeschmack von, da muss jemand entwickelt werden und da ist einer, der den entwickeln will und hat auch immer eine Richtung. Da weiß einer schon, wo es hingehen soll, vielleicht sogar, wo es enden soll. Und das ist für diejenigen, die dort enden sollen, in der Regel nicht lustig. Das aber nur am Rand und nur so vorab. Die konkrete Frage, Globalisierung als Externalisierung und wer bezahlt eigentlich für den Reichtum hier in Deutschland, Simone hat es an einigen Beispielen deutlich gemacht, man kann es auch verallgemeinern. Es gibt den Begriff in der soziologischen Debatte ja inzwischen der imperialen Lebensverhältnisse. Also ein Begriff, der sagen will, wer, wiederum auf Simone Bezug nehmend, das Glück hatte, in Deutschland, in den Niederlanden, ein bisschen kleineres Glück schon in Spanien oder in Italien geboren worden zu sein. Den geht es selbst, wenn er ein armer ist, noch deutlich besser, wie wenn er das Pech hatte, in Zimbabwe oder in Haiti geboren worden zu sein. Da kannst du nichts für, aber wenn du hier lebst, hast du von den weltweiten Ausbeutungsverhältnissen Vorteile. Damit könnte man im Prinzip die Antwort auf die Frage, wer bezahlt eigentlich für den Reichtum, bewenden lassen. Ihr ahnt es schon, ich will es weder mir noch euch so einfach machen, das an der Stelle so zu belassen, sondern will versuchen, mich einer Herausforderung zu stellen, die weder für mich noch für euch ganz einfach ist und insofern auch von mir am Anfang die Bitte, wenn irgendwo eine Passage, ein Gedanke zu kurz kommen sollte, habt keine Scheu, das hinterher im Gespräch anzusprechen. Es gibt da keine dummen Fragen, es gibt nur Referenten, die ihr Ding noch nicht genug auf den Punkt gebracht und verstanden haben. Das vorab. Ich will also den Versuch machen, Globalisierung als Externalisierung zu beschreiben. Ich verzichte bewusst in meinem ersten Punkt darauf, Globalisierung oder Externalisierung in irgendeiner Weise näher zu bestimmen. Ich komme im zweiten Punkt darauf zurück. Ich beginne im ersten Punkt mit einem Phänomen, das vielleicht einigen von euch bewusst ist, dass in der Literatur aber sehr wenig diskutiert wird. Nämlich mit dem Phänomen, wie beginnt eigentlich der Kapitalismus? Wir haben in Europa im späten 13., frühen 14. Jahrhundert in Norditalien, im 15. und 16. Jahrhundert in Flandern, ebenfalls im 15. und 16. Jahrhundert in den Niederlanden, eine Konstellation, wo eine riesige Menge Reichtum sich angehäuft hat, wo es eine produktive Arbeitsteilung in der Manufakturindustrie gibt, wo im Prinzip alle Bedingungen für einen kapitalistischen Take-off vorhanden sind. Und es passiert nichts. Das sind reiche Regionen, die bleiben über lange Zeit reiche Regionen. Es entsteht kein Kapitalismus. Der Kapitalismus entsteht etwa 100 Jahre später in England. Und was hat sich da geändert? Ein einziger Punkt hat sich geändert. Das, was später als Dreieckshandel genannt wird, das hat begonnen. Der Raub der Edelmetalle, Gold und Silber aus Lateinamerika hat begonnen und die europäischen Mächte, die diesen Raub am Anfang organisieren, Spanien und Portugal, sind nicht in der Lage, dieses Geld in der Hand zu behalten. Zum Teil durch weiteren Raub, zum Teil durch ökonomische Abläufe, ich verzichte auf die Details, landet ein großer Teil dieser Edelmetalle letztlich oder des Werts dieser Edelmetalle in England und damit beginnt der Kapitalismus. Der Kapitalismus ist von Anfang an überhaupt nur möglich auf der Basis eines gigantischen, global organisierten Raubes. Das heißt, in marxistischer Sprache und in kapitalistischer Sprache, ursprüngliche Akkumulation. Diese ursprüngliche Akkumulation ist nicht einfach nur Bauern legen in Europa, Arbeitslos machen der Landbevölkerung, zwingen in Zwangsarbeits- und unlebbare Lebensverhältnisse, sondern ist von Anfang an auch eine ungleiche ökonomische Beziehung zwischen den kapitalistischen Zentren und dem kapitalistischen Außen. Von Anfang an ist Kapitalismus ein Prozess, der ohne Kolonialismus, ohne ein Innen und Außen innerhalb dieses ökonomischen und auch politischen Systems nicht denkbar ist. Rosa Luxemburg hat diesen Vorgang als Landnahme beschrieben, als einen Prozess, da noch konkret auf wirkliche, auch ökonomisch und politisch in diesem Status existierende Kolonialgebiete. Sie hat es ökonomisch, das mache ich jetzt ganz, ganz knapp, nur angedeutet, damit man eine Idee hat, wie sie da hinkommt, weil sie keine Imperialismus-Theorie im Hintergrund hatte, keine Theorie oder keine Kritik, die systematisch in der Lage gewesen wäre, diese Abhängigkeitsbeziehungen zu kritisieren, sondern sie macht das aus einer ökonomischen Analyse heraus, sie sagt ganz einfach, wenn in der kapitalistischen Fabrik die Arbeitenden durch ihre Arbeit neuen Wert schaffen, mehr Wert schaffen, als da hineingegangen ist an Werten und das Zeug verkauft werden muss, weil nur dann hat der Kapitalist was davon, wenn er das verkauft. Sonst hat er nur investiert und hat ein Produkt und wenn das nicht los wird, hat er einen Minus gemacht, er muss es verkaufen. Wenn es verkauft werden soll, muss irgendwo Geld da sein, mit dem man das kaufen kann, Reichtum da sein, mit dem man das kaufen kann, der nicht aus der kapitalistischen Produktion stammen kann. Denn das, was aus der kapitalistischen Produktion stammt, ist ja noch in den Waren gebunden. Das wird erst frei, wenn die Waren verkauft sind. Es muss also aus einem Außen kommen, aus den Kolonien, so Luxemburgs Theorie. Damit wäre der erste Teil der Externalisierung beschrieben. Von außen werden Reichtümer in das System hineintransportiert, die im System als solche nicht sichtbar werden. Die, denen man sie gestohlen hat, sind unsichtbar gemacht worden und der Reichtumsfluss ist unsichtbar gemacht worden. Und die Globalisierung, damit wäre ich bei meinem zweiten Punkt, verstärkt und verallgemeinert diesen Prozess. In der Globalisierung wird dieser Prozess auf mehr oder weniger alle Lebensbereiche ausgeweitet. Ohnehin, schon immer, galt dieser Prozess der Unsichtbarmachung und des Absaugens von Reichtümern aller sogenannten reproduktiven Arbeit. Also alledem, was innerhalb des Kapitalismus keine Profite schafft. Elfriede nickt und erinnert sich an unsere letzte gemeinsame Veranstaltung zum Thema Care und Grundeinkommen. Da haben wir diese Fragen diskutiert. Aber das betrifft doch ganz viele andere Bereiche. Eines der paradigmatischen Beispiele schlechthin in den letzten Jahrzehnten ist alles das, was sich mit der Entwicklung der Gentechnologie entwickelt hat. Wo das gesamte Leben, die natürliche Umwelt und um uns herum zur kapitalistischen Ressource wird, Lebensprozesse zur Ware werden, die Körper selber zur Ware werden. Wir erleben im Moment den ganz faszinierenden Prozess, wie etwas zur Ware wird, von dem wir vor zehn Jahren noch gar nicht so richtig wussten, was das sein soll. Daten, Informationen. Also da hatten wir schon eine Vorstellung, was Informationen sind. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was heute Daten heißt. Also dieser Prozess der Kommodifizierung, des Verwandelns aller Lebens- und Wirtschaftsprozesse in Waren, dieser Prozess wird durch die Globalisierung verallgemeinert. Darüber, dahinter, daneben gab es und gibt es immer den Zugriff auf die kolonialisierten und immer auch rassistisch konnotierten Körper, was du als Sklaverei bezeichnet hast, ist nichts, was in der Sklaverei aufgeht, sondern das existiert bis heute. Die täglich im Mittelmeer ertrinkenden Menschen sind genau davon auch betroffen. Auch auf deren Körper wird zugegriffen, auch deren Körper werden rassistisch konnotiert. Deshalb dürfen die dort ersaufen. Wenn das Weiße wären, ständt die Weltkopf. Drittens ist der Kapitalismus also nicht einfach nur ein System der Aneignung von Mehrwert, also der Ausbeutung, so wie wir das als Marxisten immer kritisiert haben. Das ist der Kapitalismus, ohne Frage. Er ist darüber hinaus aber immer auch ein System der Externalisierung, der Unsichtbarmachung von Kosten, von Arbeit, von Opfern. Er ist darüber hinaus immer auch schon ein System der Kolonialisierung, der Landnahme, des Einsaugens von Reichtümern, des Verwandlens von Lebensprozessen in Warenform, in Reichtum für die Investoren. In diesem Prozess, damit wir uns jetzt hier nicht vertun, in diesem Prozess sind wir alle natürlich involviert. Meine anfängliche These mit den imperialen Lebensverhältnissen ist in keiner Weise zu kritisieren und zurückzunehmen. Selbstverständlich haben die Menschen, die in Mitteleuropa, in Nordamerika, in Australien, in Japan leben, systematisch Vorteile von den weltweiten Ausbeutungsverhältnissen. Gleichzeitig sind wir aber auch in diese Widersprüche unterschiedlich integriert. Wir sind nicht nur als Profiteure darin integriert, wir sind auch als Opfer darin integriert und ein Stück weit auch als Täter. Da ist ein System von Abhängigkeiten, von Widersprüchlichkeiten, von unterschiedlichen, gegenläufigen Abhängigkeiten entstanden, in dem niemand mehr unschuldig ist. In dem auch kaum jemand einfach nur schuldig ist. Und damit ein System entstanden, in dem es selbstverständlich noch wechselnde Anteile an Schuld und Unschuld gibt und in dem es damit selbstverständlich noch politische Positionen gibt, die man gut begründen kann und andere, die man kritisieren muss. Also ich will jetzt nicht bei irgendeiner Beliebigkeit ankommen. Da bleiben Kriterien, an denen man was beurteilen kann. Aber es ist ein System entstanden, in dem es keine technizistischen Reparaturauswege mehr gibt. Man kann nicht hingehen und hier eine Kleinigkeit verändern oder dort eine Stellschraube anders stellen und meint, dann wird das Ganze schon besser werden. Sondern ich glaube, wir befinden uns an einem Punkt, wo man bei einem modernen elektronischen System sagen würde, da ist ein kompletter Neustart nötig. Das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht dieser Neustart. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre aber ein Instrument, mit dem man die Struktur eines solchen Neustarts vorwegnehmen könnte. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre ein Instrument, mit dem man, und damit wäre ich bei meinem fünften und letzten Punkt, zeigen könnte, dass eine gerechte Gesellschaft eine gerechte Welt, eine gerechte Ökonomie gedacht werden müsste als ein System globaler sozialer Rechte. Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann in diesem Sinne selbstverständlich nicht nur als armutspolitische Maßnahme gedacht werden, so haben wir das nie gedacht und viele andere hier im Saal auch nie. Das wäre auch eine armutspolitische Maßnahme, selbstverständlich. Das ist aber eher so ein Randeffekt und nicht der entscheidende Hauptpunkt. Der entscheidende Hauptpunkt ist auch nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen in unseren Ländern, da erinnere ich nochmal an die Zahlen, die Simone am Anfang gesagt hat, wir reden hier über 1000, heute exakt über 1140 Euro, und in südlichen Afrika haben wir in den Projekten in Namibia oder Sambia und in anderen Ländern über 8 bis 10 Euro oder Dollar geredet. Diese Unterschiedlichkeit der Zahlen zeigt also schon, dass die Frage wirtschaftsbürgerliches Grundrecht eine ist, die eher vom kapitalistischen Zentrum, als von der Peripherie her gedacht ist. Aber etwas entscheidendes, glaube ich, bleibt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen als globales soziales Recht gedacht, eben als globales Projekt, als ein Projekt, das weltweit jedem Menschen zusteht, hat Konsequenzen auch für uns hier in der imperialen Lebensweise. Wer ein bedingungsloses Grundeinkommen so denkt, kann nicht mehr sagen, was wollen denn die Fremden hier alle. Der kann nicht mehr sagen, die haben hier nichts verloren, das Boot ist voll. Wir können doch nicht alle aufnehmen. Doch, wir können. Die mussten auch allen Reichtum hergeben, den wir hier hatten, haben wollen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen als Menschenrecht gedacht, funktioniert nur, wenn wir aufhören, Körper, Arbeiten, Opfer, rassistisch, Reichtumsflüsse in eine Richtung zu denken. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.